Ich komme wegen eines Problems, dass... Es ist etwas Persönliches. Dumm nur, dass sie an der falschen Adresse gelandet ist. Du lässt sie glauben, du bist Therapeut? Aber nein, ich lasse sie überhaupt nichts glauben. Nein, sie glaubt es. Sie hält mich für Dr. Monnier. Ein kleines Spiel zwischen uns. Mit Risiken und unkalkulierbaren Nebenwirkungen. Ich habe Angst, verrückt zu werden. Intime Fremde. Heute Abend in 1Festival. Die erste Liebe. Er heißt Mathieu. Er will mit mir gehen. Der erste Kuss. Der erste Schmerz. Sophie Marceau. In dem Film, der sie berühmt machte. La Boom. Die Fete. Teil 1 und 2 im Doppelpack. Am Samstag ab 20.15 Uhr in 1Festival. I'm a real wild woman. Wild woman. Ich wollte Sie eigentlich gehörig schockieren. Er war wild. Aber das nur nebenbei. Wild woman. Wild entschlossen. Zunächst möchte ich Ihnen hier einen kleinen Afrikaner vorstellen. Und holte die Wildnis Afrikas ins Fernsehstudio. Dieser kleine Kerl. Am a real wild woman. Entschuldigung, der will hier vom Tisch runterspringen. Konnten seine Gäste ihn aus der Ruhe bringen? Warten Sie ab. Bis zu der nächsten Sendung. Und zwar ist die am Samstag. Heute ab 17.10 Uhr. Ein Platz für Tiere. Der TV-Klassiker mit Professor Jimek in 1Festival.